Ich teste jetzt wieder mal deine Klasse, David, auf dieser Map. Ihr müsst klar gehen. Geert, gehst du auf Nuke? Ohne Visier. Eigentlich schon. Ich mag es nur nicht so arg, obwohl es eigentlich echt gut ist. Man macht eigentlich nicht viel falsch mit dem K-Wash-Standard-Visier. Hä, da schießt einer mit seiner Candle. Das fuckt mich grad richtig ab. Hä, wo ist der? Hä, das ist ganz komisch hier. Ich hab glaub' das Gefühl, ich sterbe gleich von irgendwo. Ja, das Snipediner. Er holt mich mit einer Win... Oh mein Gott, David. Mit einer Windowmaker snipe der mich aus dem Flugzeug. Dieser... Weiß, die Flugzeugspieler auf dieser Map, die regen mich eh auf. Was, was habt ihr für ein Ziel, dass ihr so ein Flugzeug auf Flugzeug spielt? Chillt doch mal. Ja, I'm out. Nein, nein, ich bleib' noch drin. I'm out of the situation, weißt du? Wie die sweaten, man. Ich hab' ne Drohne, aber keine Konter. Ja, ich hab' wieder einen Hitmarker von dem scheiß Sniper. Der muss mich abfacken. Wieder. Konterdrohne erreicht Position. David, ich verrate dir was. Ich mag den Sniper nicht. Nicht so arg. Ich bin kein Fan von dem. Danke, richtig nice von dir, Mann. Hä, die snipen mich hier die ganze Zeit. Meine Fresse. Ich hab' auch einen Advance. Wohin, hier wird richtig rasiert, David. Bitte sag' mir, du gehst auch auf Nuke, dann machen wir hier eine Double vielleicht. oh oh. Ich darf hier nicht sterben, David. Ich hab' die Luft in der Luft. Feindliche Systeme gestört. Ich hab' die 하면 nicht mehr Zeit. da bist du irgendwie nahe an advanced schade man warum habe ich das gefühl ich werde auf nuke gesnipet warum sagt mir das mein gefühl mein gefühl soll mir nicht so angsteinflößende dinge sagen sondern dass alles gut läuft nein das bleibt einer habe ihn da ich bin fünf von jungen der sniper verfolgt mich hat verbesserte ok ab jetzt muss die nuk raus ja schade hey wie die schon weg die verbesserte wenn das eine nuke wird dann lade ich das club hoch weil das hat spaß gemacht hier hey der wird mir geklaut mein letzter ab new cup nuk ich hau raus jetzt gehen die raus wie die alle raus gehen was ist los leute ihr wolltet mich doch snipen dachte ich jetzt nuke mit xt real data number four on leaderboards yeah man haha ja